So, Moin Moin! Herzlich Willkommen an Bord! Es geht mal Ovid, wie ihr startet. So, herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Frage an irgendjemand von euch Angst an Bord. Ihr solltet alle Angst haben. Ich verrate euch auch, warum dieser Turm hier, der wurde in Österreich konstruiert. Und ich hoffe mal sehr, dass sie da unten in den Alpen diesmal die richtigen Bremsen verbaut haben. Aber wir werden da gleich mal zusammen rausfinden. Ja, 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 ihr seid's mal. Ihr seid wieder richtig hier. Wir starten durch und gehen nach oben. Vielen Dank! Es ist so schön. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020